Scheiß, der hat die ganze Zeit nicht aufgenommen, alter. Fick doch die Henne. Wie, hat der nicht aufgenommen? Ich hab extra Aufnahme gestartet, aber er hat nicht aufgenommen, das Arschloch. Das hab ich nochmal drauf gedrückt, weil doppelt klicken speicherst du das ja alles. Und das macht ja mehr wieder die Meldung, dass er's aufnimmt. Oh. Bedrohung ausgeschaltet. Feind ausgeschaltet. Weck her. Bein, bein. Ziele entfernt. Benötigte zwei Spieler für... Was für ein Ding? Ey, wollte ich bei mir Hilfe? Oder doch nicht mehr, okay. Raptor 1,5. Du hast jetzt gerade irgendwas gestartet, stand bei mir. Lupp. Das war mir das wohl abgelehnt, oder? Weiß ich nicht. Zwei Leute waren benötigt, doch. Ja, evakuieren quasi, das war evakuieren. Die ganze Punkt, die wir jetzt hier haben, gutgeschrieben werden, weil wenn wir sterben, kriegen wir nicht so viele Punkte, als wenn wir es jetzt einmal schaffen. Nimm doch jetzt, ach man, du blödes Vieh. Ja, ich brauche hier drüben Hilfe. Ja, bei dir waren so einige Viecher, ne? Naja, das meine ich ja. Du bist ja gerade eben eigentlich noch die ganze Zeit geschafft. Ja, kein Heil-Aura gerade, gell? Ja, da war Waffen gerade. Ja, der eine, so muss auch gerade wieder belebt werden. Hm, keine Munition mehr. Digga. Ist ja gar keiner mehr mehr dabei jetzt hier, oder was auch, wie sieht's aus? Hm. Was sagen, konnte ich mir, guck mal, schon Affen kaufen, gell? So konnte ich euch hochholen. Ey, du bist komplett tot, oder wie? Ja. Ey, wie ging das so schnell? Keine Ahnung. Schau dir ja gerade zu. Schön. Während denen da ja. Gut so. Oh, ich bin wieder drinne. Geh mal eine Waffe jetzt verbessern. Wenn es kommt mit, du musst deine Waffe natürlich jetzt auch wieder verbessern. Hm, hab auch gar nicht, das geht dafür. Wenn die Waffenverbesserungen sind weg. Doch, es ist 21.000. Toll, du für eins. Ah. Wollen sie verbessern? Oh, Alter. Hoch mit dir, weg hier. wo bist du denn bist du noch im dorf ja was machst du denn da noch chillen perfekt schnell zum stemmen ausgesucht direkte vorm teleporting durch das loch ist eigentlich schon die ganze zeit die schrotze also es kommt dafür ein riesen vieh doch noch mal naja mach ich gerade über sie durch rennen das haben wir eingekesselt ja ich war ja gerade bei spät ich fühle mich schon viel besser sechs zuschauer noch am startleute wer ist also am zuschauen hier los rein man die kommentare hier meine hübschen ja das wie gefällt es euch mehr solche runden mehr so eine runde wo du auch nicht sterben würdest ja ja komm ich halte mich eigentlich schon geil hallo ich habe mich eigentlich schon ganz gut sonst bei den anderen dingen gucken wir sind wie lange wie das jetzt schon spielen ich habe bis jetzt noch nicht die lust verloren ja schon wieder so ein riesen vieh hier irgendwo ja hier ist auch so ein stück weg jetzt eigentlich irgendeinen rekord von kippen alter von kiel also rekord an sterben gestellt zu bald auf doch ja das ist war immer gut ich will nichts zu sein man es geht es buch der rekorde ja aber hier will darüber rachen ist doch egal ist doch lustig ich bin gespannt wie oft du gestorben bist wenn ihr das ende ist da steht also bis jetzt sind es 27 mal erinnert ihr kann nichts sagen aber der dunkel älter ist wirklich würdest du es auch also so machen also welches gestorben ich habe sie durch das portal gestoßen weil quasi wer immer ich kann geradeaus durch dennis hinter dir riesen fiel der strom wieder an ist muss ich meine ach ja auch das ist hier schon dort ich will wenigstens die kanadier noch mitnehmen ich habe gesehen die kanade verschwendet es gibt andere möglichkeit den pack zum reden zu bringen kehren sie ins dorf zurück zurückkehren sondern ins dorf zurück wird werden wenn da ein ganzes komm ich dachte ich mir auch gerade aber hier sind ja recht viele von daher dürfte es eigentlich funktionieren was ist der großer plan das ramme luft also mega die erste infiziertes ziel beseitigt wer ist gestorben ich muss irgendwie mal hier was machen irgendwie ist meine treffe ich nicht richtig aber die sterben fast nicht schrotz fast ein ganzes magazin auf die drauf hier toll jetzt habe ich keine waffe mehr keine munition mehr oder was ohne küsse guck hier ist die küsse dennis das wurde sie mir auch gleich kuchen da ich habe jetzt erst mal irgendwas gekauft hier an der an der werkbank so ich konnte jetzt irgendwas drei von fünf machen bei der nadel wissen was das ist in der hand ist wenn du wenig leben was kann sie spritzen also volles leben so er muss mich so kaufen schützt mich kurz hier aber auch fertig ja ja ich schläft in der chat jetzt hier komplett oder was ist los hier reaktiviert wo sind die anderen alle und total ausgeschaltet ich bin auf dem weg nach oben und du ja ich habe auf dich gewartet jetzt komme ich willkommen ist aber ein bisschen schwierig ist denn los also weg geht an das was ist denn hier los mit den homeboys kann auch schreibt mir hier was ist ein kaputt hier dass wir das total rauskommt pass auf ja ich bin ob ich jetzt richtig in body maximale munition neuen zuschauer meine freunde gerne mal ist in die kommentare schreiben mir seid nicht so zaghaft äh das ist wieder die riesenvieh pass auf wer weiß was dieser stoff anlocken könnte äh das passt auf wenn da die kommen hoch wieder welche ja ich weiß gar nicht wo ich erinnern soll aber was ist das jetzt hier kommen irgendwie so ein hund oder irgend sowas oder wie so ein wolf keine ahnung was das darf nein das ist darstellen soll ich habe keinen plan ein aerosol verteilsystem das sollte weg zum reden bringen oh danke er war schlauch aber zu sehr von sich selbst besessen dieser arrogante arsch hat immer nach leuten gesucht die ihn anbeteten kein wunder dass er so leicht übergelaufen ist level 24 alter es ist nun kaputt hier ich habe erstmal allein gefroren oder nicht ich habe gerade dieses riesen ich dachte schon das war's für mich das laufe am besten erstmal einfach nur laufen ja ja mach ich gerade versucht zumindest aber irgendwie weiß ich nicht wohin nachladen hier einfach laufen so dass du in bewegung bist von den piechern weg Symptome ausgescheitert hirnfresser eliminiert euphorie dann ist es wohl Zeit für die Halluzination hey wo seid ihr denn hin? meine Erinnerungen ich verstehe jetzt das ich glaube schon der Sinn des Lebens ist tanzen oh ach ah ah hinter dir sag noch jo hab ihn oder nicht ich du trugst die kälte von deinem 40 ich fühle mich schon viel besser ich brauche Munition schon wieder ich brauche zu schnell gerade dabei gerade gemacht wundervoll nicht wahr es gibt nichts schöneres als den was ist denn das hier im winter frischer knirschender schnee deine augen schatz sie sehen im mondlicht fast violett aus so leute wer ist noch da 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 äh wow ok hey leute sag doch mal hier hallo wundervollen walzer mit martha unterbrochen ok das portal sie brauchen die code zum link dank woher 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 die zombies wer ist jetzt der sturm schwier du nein hätte mich verarschen wie viel sterben ist hier hallo hallo alles wieder verheilt mal glück gehabt alter ich war ja letzte lebende gerade noch ne ich war auch noch im moment ich habe auch gerade einen hochholen gesagt konnte ich mich wenigstens noch bei den einen revanchieren zumindest ein bisschen ah fuck also schon wieder so ein blödes vieh zwei jahre noch alter steck hier mit einem gerade ein bisschen ich habe ja auch gerade ein bisschen schwitzen lass mich in ruhe weg hier zehn zuschauer sehr schön wenn wir so eine spritze geben hier also dass ich komme nicht weg ich habe versucht ich bin wir Leute, da die anderen genießen den streamen alle liken genauso sieht es aus bei damn leben wieder machen da ist wieder keine munition mehr effekt auch die hände ins knie alter leck mich darum auch hier schnell munition gerade bei bei eigentlich genau umliegt immer dieses riesen fiel das hat mich fast gekillt die muss ich auch machen weil ich da los werde jetzt hier sonst auch so vor spritzen geholt aber so kannst du ja auch wieder beleben sozusagen ja weil ich ja quasi gefressen werde oder was es viel mit mir vorhatte so dass ich mir das zu nehmen naja ist schon ach mann alter fickt doch die karotte ins arschloch geil